Wir haben ziemlich gut als Mannschaft verteidigt, gut verschoben, auch gerade in der Zeit als Braunschweig dann ein bisschen mehr Ballbesitz hatte nach unserem Tor, haben wir das alle zusammen ziemlich gut gemacht und es ist natürlich blöd, dass man dann noch eins fängt am Ende. Wir werden uns das Spiel nochmal genauer angucken und dann noch auf die Fehler eingehen, die wir gemacht haben, aber auch auf die Dinge, die wir gut gemacht haben und dann schauen wir schon aufs nächste Spiel Richtung Sandhausen. Die Lindner Spielpause nehmen wir jetzt wie sie ist und nutzen die Zeit, um uns besser vorzubereiten, jetzt auch gegen Sandhausen und ich bin mir sicher, dass wir da dann zu Hause, gerade hier vor unseren eigenen Fans, dann auch endlich einen Sieg einfangen können.